Kapitel 2 Entstehung des Stoffwechselsyndroms Die häufigsten Ursachen für das metabolische Syndrom oder Stoffwechselsyndrom sind eine falsche Ernährung, zu viele Diäten, generell ein inaktiver Lebensstil und eine Insulinresistenz. Das klingt banal, aber es trifft die Sache im Kern. Wir wollen ja in diesem Buch wirklich an die Basis und das Ganze von Grund auf verstehen. Deshalb erscheint es mir ganz wichtig, zu helfen, indem ich alles von Anfang an aufrolle. Von den vier Punkten trägt die falsche Ernährung den Hauptanteil. Die meisten Menschen mit metabolischem Syndrom sind bereits im mittleren Alter, welches zeigt, dass das Stoffwechselsyndrom eine Kondition ist, die sich über Jahre und Jahrzehnte entwickelt. Über Generationen weitergegebene falsche Ernährungsgewohnheiten sorgen seit jüngerer Zeit jedoch dafür, dass auch schon junge Mädchen und Kinder darunter leiden können. 1. Unbewusste Ernährung Welche Nahrungsmittel sind direkt mit hohem Blutdruck, hohem Blutzucker und Blutfettwerten sowie mit hohem Cholesterin, besonders dem LDL, in Verbindung zu bringen? Das sind zuallererst die verarbeiteten Nahrungsmittel aus dem Supermarkt. Was aus der Nahrungsmittelindustrie kommt, ist mehr oder weniger so weit denaturiert und mit vielen verschiedenen chemischen Zusätzen versehen, dass diese Kunstprodukte kaum noch etwas zu unserer gesunden Haltung beitragen können. Die Nahrungsmittel enthalten zu viele ungünstige Fette, sind zu salzig oder zu süß, enthalten Trieb, Emulgation und Färbemittel, Konservierungsstoffe, künstliche Geschmacksverstärker und sind selbst aus genmanipulierten Grundstoffen hergestellt. Bei den Fleischerzeugnissen kommen noch diverse Medikamenten und Hormonrückstände hinzu, die alles zusammengenommen aus den Fertigprodukten der Nahrungsmittelindustrie reine Kunstprodukte machen, welche lange haltbar, transportierbar und lagerfähig sind, in der Herstellung wenig kosten und die so beschaffen sind, dass sie bei den Konsumenten recht schnell ein gewisses Suchtverhalten kreieren. All diese Eigenschaften dienen der Wirtschaft, welche immer größere Absatzmärkte erschließen kann, dienen der Industrie dazu, Gewinne zu produzieren und die Aktionäre zufriedenzustellen. Sie dienen eindeutig nicht dazu, dich gesund zu erhalten. Hand aufs Herz, wie viele der Vertreter folgender Nahrungsmittelgruppen gehören zu deiner Ernährung derzeit dazu? Die häufigsten Vertreter sind Softdrinks, Back- und Teichwaren, Chips, Pommes frites, Tiefkühl-Fertiggerichte, Milch- und Käseprodukte, Süßigkeiten, Konfitüren und Marmeladen, Schokoladen, verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren, fertige Dressings, Ketchup, Mayo, alle auch vegane Fertigprodukte aus dem Kühlregal, Fleisch- und Fischdosen, alle Waren vom Fleisch, Käse oder Backstand, Kekse, Müsli, Müsli-Riegel, Margarine, raffinierte Speiseöle, Kaffee und alkoholische Getränke. Kannst du heute spontan eine Aufstellung machen, wie hoch der Prozentsatz von diesen Nahrungsmitteln in deiner täglichen Ernährung liegt? Es wäre nur zu deiner eigenen Verdeutlichung. Zur falschen Ernährung zähle ich auch die schlechte Kombination der Hauptnahrungsgruppen und der zu hohe Anteil an erhitzter Nahrung. Die meisten Lebensmittel bestehen aus einer Kombination aus Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. In Lebensmitteln tierischer Herkunft überwiegen die Fette und Proteine, in den pflanzlichen Lebensmitteln überwiegen meist die Kohlenhydrate. Beobachtungen an mir selbst, aber auch aufgrund dessen, worin sich nahezu alle Ernährungslehren einig sind, eine Kombination von Kohlenhydraten und Proteinen ist problematisch. Dabei entstehen unwillkürlich chemische Reaktionen, welche Acrylamide hervorbringen, Mylad-Reaktion genannt. Acrylamide sind jedoch giftige, ja krebsauslösende Substanzen, welche von unserem Körper nur sehr schwer verstoffwechselt werden können. Er kann sie auch nur schwer ausscheiden, deshalb sammeln sie sich als schlacke Stoffe im Bindegewebe an, weil unser Körper alles, was potenziell gefährlich ist und nicht ausscheidbar ist, in weniger gut durchblutete Regionen abgelegt wird, um sich zu schützen. Leider besteht der überwiegende Teil der konventionellen Nahrungsmittel aus dem Supermarkt aus dieser verhängnisvollen Lebensmittelkombination, wozu beispielsweise alle Backwaren, alle Tiefkühlfertiggerichte, die Chips und Cracker, die Waffeln, die Burger, die Pizza, die Kekse, die Steaks mit Fleischschosen, alle Teigwaren, Kombinationen mit Ei und so weiter dazu gehören. Amerikanische Ernährungsexperten und Gesundheitsforscher fassen die Bildung von gesundheitsgefährdeten Stoffwechselprodukten noch viel weiter, wobei die Acrylamide nur einen Teil davon ausmachen. Sie sprechen von der Glykierung, von der Glykation und was sie meinen, sind die schädlichen Stoffe, welche bei der Reaktion von Zucker und Fetten, von Zucker und Proteinen ohne Enzymeinwirkung entstehen. Zusammengefasst werden sie im englischen Sprachraum AGEs genannt, Advanced Glycation End Products. Und AGE, das ist Englisch und bedeutet auf Deutsch Alter. Diese Bezeichnung ist zu Recht doppeldeutig, weil diese Stoffe uns tatsächlich viel schneller altern lassen, krank und vor allem dick werden lassen. So findet man in diesen Studien die Verbindung von AGEs als Hauptursache für freie Radikale und zahllose Hinweise darauf, dass diese AGEs viele chronische Krankheiten, zum Beispiel Diabetes oder Krebs, verursachen. Das Stoffwechselsyndrom ist eine solche Stoffwechsellage, bei der AGEs eine Hauptrolle spielen. Weiterführende Studien zur Verbindung zwischen AGEs und Krebs gibt es ebenfalls. Die sind hier im Buch mit angegeben. Zweitens, zu viele Diäten. Der Punkt 2 sagt, dass viele Diäten zum metabolischen Syndrom beitragen können. Aus meiner Praxis als Ernährungsberaterin kann ich dem nur zustimmen. Viele Leute, besonders Frauen, versuchen über diverse Diäten ihrem zunehmenden Körpergewicht Herr zu werden und verschlimmbessern ihre Situation dabei oft enorm. Die Diäten sind eine über einen absehbaren Zeitraum praktizierte spezielle Ernährungsweise, welche zum Ziel hat, den Körperfettanteil zu verringern und manchmal auch einfach zu entgiften und zu entwässern. Das, was alle Diäten vom Prinzip her untauglich macht, ist, dass die Person, welche sich einer Diät unterzieht, diese zwar für einen gewissen Zeitraum erfolgreich durchführen kann, aber sich trotzdem darauf freut, dass diese irgendwann endet und man dann zumindest in einem gewissen Rahmen endlich wieder zu der lieben alten Gewohnheit zurückkehren kann. Und genau da liegt die Krux. Solange der tiefere Prozess einer Diät nicht verstanden wird, startet man immer wieder eine neue. Denn für eine Zeit lang scheinen diese ja gut zu funktionieren. Dabei schaukelt man sich gern in eine, manchmal tiefe Stoffwechselkrise, in der dann gar nichts mehr geht. Bei einer solchen Krise treten Heißhungerattacken, Lymph- und Fettödeme auf, der Schlaf verschlechtert sich, die Laune sinkt immer öfter in den Keller. Vielleicht kommt auch Kurzatmigkeit, Herzrasen und Schwindel dazu. Man fühlt sich unkonzentriert nach dem Essen oder generell ab der zweiten Hälfte des Tages oft müde und nach dem Abendessen geht gar nichts mehr. Nicht zuletzt bewegt sich dann auch auf der Waage nichts mehr in Richtung Abnahme. Erkennst du darin einige Punkte, welche auf dein Leben zutreffen? Wenn man jedoch versteht, was bei den jeweils angestrebten Diäten im Körper passiert, kann man sich bewusst eher auf eine Alternative einlassen. Jede sinnvolle, zielführende, dauerhafte Umstellung der Ernährungsgewohnheiten ist eine solche bessere Alternative. Der dritte Punkt betrifft die täglichen körperlichen Aktivitäten. Unser weitgehend inaktiver Lebensstil lässt alle Aktivitäten in unserem Körper auch mit den Jahren herunterfahren. Wir sitzen im Auto oder Bus, sitzen bei der Arbeit, wir sitzen abends auf dem Sofa und zählen im Normalfall kaum tausend Schritte am Tag. Wie viele sportliche Aktivitäten bauen wir in unseren Alltag ein? Wie viele Stunden in der Woche sind wir tatsächlich körperlich aktiv? Unser Körper braucht dringend und konsequent tägliche Bewegung von mindestens zweimal einer halben Stunde, um die Lymphe in Bewegung zu bringen, um den Kreislauf zu aktivieren, die Durchblutung von Hirn und Organen zu verbessern, um unseren Körper mit Sauerstoff zu versorgen, sowie um unsere Muskeln zu trainieren. Das Lymphsystem kann sich nicht reinigen, denn es ist ein passives System, welches im Gegensatz zu unserem Blutkreislauf kein eigenes Antriebsorgan hat. Es ist von unserer täglichen Bewegung abhängig. Mit der täglichen Bewegung tun wir aktiv etwas für unsere Säurebasebalance und helfen der Leber und den Nieren schneller und leichter zu entgiften. Bleiben wir über Monate oder gar Jahre körperlich weitgehend inaktiv, verändert dies die Stoffwechsellage, denn wir verbrauchen wenig Energie, was bedeutet, wir fahren in einem Stand-by-Modus. Allerdings gilt dies für unsere Muskelzellen, Knochen und Blutgefäße. Was nicht verwendet wird, wird schrittweise abgebaut und reduziert. Das betrifft übrigens auch unser Gehirn. Stoffwechselrückstände und Umweltgifte werden eher in die Depots und Gewebe abgeschoben, weil ein inaktiver Körper über nur geringe Entgiftungskapazitäten verfügt. Die Unterstützung durch Schwitzen und durch tiefes Atmen fehlt. Es gibt immer einmal Zeiten, in denen es schwerfällt, sich täglich ein Zeitfenster für die sportlichen Aktivitäten zu reservieren. Jedoch ist in diesem Fall eine Anpassung in der Nahrungsaufnahme erforderlich. Bei Leuten mit Stoffwechselsyndrom geschieht das jedoch selten. Denn sie wissen oft einfach nicht, dass beides in direkter Relation zueinander steht. In diesem Ratgeber erfährst du auch, was in einem solchen Fall genau zu machen ist. Studien haben belegt, dass eine Erhöhung der körperlichen Aktivitäten von Inaktivität hin zu nur einer Stunde pro Woche die Auswirkungen des Stoffwechselsyndroms um 25% verringern kann. Viszerales Fett Weißes und viszerales Körperfett sind unterschiedlich risikoreich und besonders das viszerale Fett ist mit dem Stoffwechselsyndrom verbunden. Weißes Fettgewebe ist das sogenannte Unterhautfettgewebe, die Hauptform zur Speicherung von Energie. Es besitzt aber auch isolierende und stoßdämpfende Funktionen. Solches Fettgewebe ist definitiv nicht schlecht, denn wir benötigen es an verschiedenen Stellen im Körper, jedoch nur in moderaten Mengen. Viszerales Fett allerdings ist jenes Fett, welches sich in der Bauchhöhle befindet und die inneren Organe umhüllt und sogar direkt in den Organen sich befinden kann. Dieses Fett ist von außen nicht unbedingt sichtbar, es sei denn, es ist derart angestiegen, dass es den Bauch auswölben lässt. Diese Form von Fettgewebe birgt einige Gefahren besonderer Art. Je stärker diese Fettschicht zu werden droht, umso steiler wird die Kurve für erhebliche Gesundheitsrisiken. Viszerales Bauchfett misst man, indem man den Bauchumfang zwei Finger breit über den Hüftknochen ermittelt, am besten mit einem einfachen Maßband. Ist bei Frauen dieses Maß höher als 80 Zentimeter, bei Männern höher als 94 Zentimeter, besteht ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes und je mehr diese Werte sich erhöhen, umso steiler wächst das Risiko. Warum ist Viszerales Fett so risikoreich? Es steht im deutlichen Zusammenhang mit der Insulinresistenz und somit mit jeder Art von Stoffwechselstörung. Dieses Fett ist deshalb so gefährlich, weil es mit seiner Zunahme immer mehr die normalen Zellfunktionen unterminiert. Es kann sich sozusagen verselbstständigen, indem es die Hormonbildung beeinflusst und Entzündungen provoziert. Viszerales Fett ist oft mit Hormonstörungen verbunden. Bei Frauen mit erhöhtem Cortisol und Androgen, bei Männern mit verringertem Testosteron und bei beidem mit verringertem Wachstums- bzw. Regenerationshormon. Dies wirkt sich in der Art aus, dass Viszerales Fett immer mehr Glucocortioid-Rezeptoren bildet, sodass es immer empfänglicher für Stresshormone wird. Wenn man also vermehrtes Bauchfett besitzt, wird es immer einfacher, noch weiteres Bauchfett zu bilden, weil es mit jeder Erweiterung sensibler gegenüber Stress wird und in dem Moment extrem auf Kohlenhydrate reagiert. Der Teufelskreis, in dem Fett schnell mehr Fett bildet. Mehr Stress, Cortisol steigt, man isst Kohlenhydrate und Süßes. Diese wandern ins Fett. Das Fett bildet mehr Glucocorticoid-Rezeptoren aus. Es wird aufgrund der schon bestehenden Rezeptoren noch sensibler, empfänglicher für Stress und Hormone, welche wiederum für die Umwandlung von Zucker in Fette verantwortlich sind. So kommt man in den berüchtigten Teufelskreis, in dem die Menschen mit schnell wachsendem Bauchfett leben müssen. Besser als der Body Mass Index, BMI, zeigt dies das WHR, Waist-to-Hip-Ratio, oder auch Teil-Hüfte-Verhältnis an. Vorteilhafter ist das WHR deshalb, weil der BMI keine genaue Ursache für die Über- und Untergewichtzustände zulässt. Denn Fitnessleute und Bodybuilder oder sehr sportliche, muskulöse Männer haben einen vergleichsweise hohen BMI und das verfälscht. Denn Bodybuilder haben kaum Unterhautfettgewebe und noch weniger Bauchfett. Viertens, Insulinresistenz. Eine Insulinresistenz zusammen mit hohem Körpergewicht, Blutdruck und Darm- bzw. Verdauungsproblemen wird Stoffwechselsyndrom genannt. Worin besteht die Verbindung zwischen Insulin und dem Aufbau von zu viel Körperfett? Mit dem regelmäßigen Verzehr von kleinen Mahlzeiten mein halbes Leben lang habe ich ein immer höheres Niveau von Insulin im Blut erhalten. Ein Niveau, welches, als ich die 50 erreichte, nicht mehr runtergehen wollte. Ich konnte es auch lange nicht erkennen, weil beim Arzt, beim nüchternen Blutzuckertest, mein Blutzuckerspiegel eigentlich im normalen Bereich lag und ich deshalb glaubte, dass das Thema Insulin für mich nicht zutrifft. Aber der Unterschied ist, dass Ärzte nicht den nüchternen Insulintest machen. Da gibt es einen deutlichen Unterschied. So kann eine versteckte Insulinresistenz lange unbemerkt bleiben, bis sie sich in Diabetes Typ 2 offenbart. Wodurch zeigt sich beispielsweise eine mögliche Insulinresistenz? Durch konstantes Bauchfett, egal wie oft und wie lange man trainiert. Keine Insulinsenkung trotz gesunder Ernährung. Beim Konsum von Kohlenhydraten fühlt man sich mental kurz besser, wenn man immer wieder Appetit auf Kohlenhydrate und Zucker hat, wenn man schläfrig nach dem Essen wird, wenn man unklar im Kopf ist und vergesslich Schwierigkeiten sich zu fokussieren hat, besonders wenn man nicht gegessen hat, bei Verschlechterung der Augenleistung und des klaren Sehens, besonders gegen Abend. Man fühlt sich nicht besser nach dem Essen und möchte noch ein wenig naschen von Süßem. Das liegt daran, dass die Glucose nicht mehr in die Zellen geht, weil sie blockiert werden und die Zellen quasi hungern. Man nimmt nur an Gewicht zu, weil die Glucose in Fett umgewandelt und in den Fettzellen abgespeichert wird. Wenn man Durchschlafprobleme hat und zu leichtem Schlaf mit Morgenmüdigkeit neigt, wenn man einmal oder sogar mehrmals in der Nacht urinieren muss, dies ist ebenfalls ein klares prädiabetisches Symptom. Wenn der Bauch über den Tag immer etwas anspillt, auch da ist eine Insulinresistenz naheliegend. Eine Insulinresistenz kann zu Krankheiten und Beschwerden führen. Sie kann Demenz und Alzheimer, Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck, Arteriosklerose, hohen Cholesterinwert, Schlaganfall und Herzinfarkt und andere Krankheiten begünstigen. Dies alles ist sehr destruktiv und zeigt an, wie sehr ein ständig hoher Insulinspiegel unsere Gesundheit ruinieren kann, wobei das Körperfett nur ein unangenehmes, aber weniger gefährliches Symptom ist. Um also das Fett abbauen zu können, muss erreicht werden, dass der Körper in seinen Heilungsprozessen unterstützt wird. Es hilft keinesfalls, die Symptome zu kurieren. Oftmals diagnostizieren die Ärzte zum Beispiel zu hohe Cholesterinwerte und verschreiben Statine, um diese Werte zu senken. Wenn du zu den Personen gehören solltest, welche Statine zur Senkung der Cholesterinwerte einnehmen müssen, dann sei bitte vorsichtig. Diese Medikamente sind alles andere als harmlos und Studien haben gezeigt, dass ca. 50% der Personen, welche Statine langfristig eingenommen haben, einen Diabetes 2 entwickelten. Wirklich ganzheitlich und nachhaltig ist eine grundsätzliche Veränderung der Essens- und Lebensgewohnheiten. Die einzige und sichere Alternative, um nachhaltig das Lipödem zu stoppen, das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen zu verringern und das Stoffwechselsyndrom wegzubringen, besteht darin, eine Richtungsänderung hin zu einem konsequenten Lifestyle zu entwickeln. Zuerst müssen wir gesunden, dann kann das Gewicht nachhaltig und dauerhaft abgebaut werden, ohne sich anderweitig zu schaden. Wenn du dich jetzt fragst, ob man über die Ernährung allein eine Insulinresistenz wieder wegbekommen kann, um dann auch das Gewichtsproblem angehen zu können, ich würde sagen, ja, zusammen mit einigen natürlichen Nahrungsergänzungen und Änderungen zu deinem aktiveren, persönlichen Lebensstil. Durch die lange Zeit des Bettliegens nach der Operation bekam ich zuerst immer wieder Wassereinlagerungen und Lymphstau. Das ewige Liegen ließ meine Lymphe stagnieren und die Beine anschwellen. Zusammen mit der Gewichtszunahme durch Inaktivität und Liegen mit meinem Gips von Kinn bis zur Hüfte war irgendwie schon vorgegeben, wo die Gewichtszunahme erfolgen würde, an Beinen und Gesäß. Hinzu kam, dass das Krankenhausessen alles andere als gesund war und ich keinerlei Möglichkeit hatte, mich irgendwie mit Vitalkost oder Frischkost irgendeiner Art zu versorgen und Sonnenlicht bekam ich auch keins. Das war die Wichtszunahme. Das war die Wichtszunahme. Ich habe mich mit dem Chorne.